Wir zeigen es Ihnen. Man muss jetzt mal nach nebenan gehen hier. Sie sind auch gefahren, hallo. Ja, ich bin, man sieht es glaube ich, ganz gut, dass ich zweimal gefahren bin. Sie hatten also nicht jemanden vor sich sitzen, der das abgefangen hat. Doch, ich hatte jemanden vor mir sitzen und ich glaube, dass ich genau deswegen so nachts bin, weil wir ziemlich eingetaucht sind da vorne. Naja, das heißt aber, es muss trotzdem jemand ganz schweres in der Bahn gewesen sein, sonst wären Sie nicht so tief gegangen, oder? Ja, ich glaube dadurch, dass derjenige, der vor mir so schwerer war als ich, sind wir schon tief eingetaucht und ich habe alles so schön abgekriegt. Wie gefällt es Ihnen denn sonst hier im Phantasialand? Super, also ich bin zum ersten Mal hier und kenne jetzt eigentlich auch nur den Bereich, in dem wir jetzt sind. Und es gefällt mir so gut, dass ich auf jeden Fall kommen werde und mir alles angucke. Ja, das ist ja toll. Also normal drehen Sie ja auch immer in Köln. Dann gibt es doch sicher mal eine Möglichkeit, nochmal herzukommen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei so einem schönen Wetter natürlich, wie es ja hoffentlich die nächsten Tage bleiben wird. Auf jeden Fall. Gut, dann wünsche ich auch für das spätere Programm noch ganz viel Spaß. Vielen Dank. Danke auch. Danke. Danke. Danke.